Hallo meine Lieben, willkommen zum kurzen Pokémon Schwert und Schild Video. Und zwar gibt es mit dem Wechsel von Pocosan Raids zu Hukubil Raids auch einen neuen Seriencode, den ihr eingeben könnt. Und zwar heißt das Giga Grand Final mit zwei Einsern hier geschrieben. Ihr seht den Code hier im Video. Und wenn ihr den eingebt, dann bekommt ihr 10 Heilbälle. Und zwar ist das Ganze bis zum 31. März 2020 verfügbar. Und das könnt ihr eben übers Hauptmenü eures Spiels machen und auf Geheimgeschenk auswählen. Und dann könnt ihr mit Seriencode euch dann dieses Geschenk holen. Habt ihr euch schon die Pocosan Raids angeschaut? Ich habe euch dazu auch noch ein Video gemacht. Dazu oben in der Infobox habe ich euch das mit eingepackt. Ist auf alle Fälle recht ein cooles Event finde ich, denn es gibt ja wie gesagt jetzt auch 18 neue Formen. Aber dazu habe ich euch auch ein Video eben gemacht und schaut da einfach mal vorbei. Und das war es eigentlich schon mit dem Video und tschüss bis zum nächsten Mal. Wollt ihr in Zukunft keine Videos zu Pokémon Schwert und Schild und anderen Spielen verpassen? Dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich sorge dann für den Rest. Ich hoffe ich konnte euch mit dem Video helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss und ciao bis zum nächsten Mal.